Ja, moin Leute, ich habe seit knapp einer Woche kein, also eigentlich seit einer Woche kein Video mehr gemacht und dachte mir, Mensch, du musst mal wieder was machen, aber du hast nicht ganz so viel Zeit, weil doch, also bei uns fangen jetzt so die letzten Wochen an, wo jetzt so total viele LKs und so kommen. Also Tests, sagt ihr ja glaube ich, LKs heißt ja nur Leistungskurs, also bei uns nicht, bei uns heißt LK auch Leistungskontrolle. Aber, ja, ist eben ziemlich viel los und ich komme einfach nicht dazu, jetzt gerade viel zu machen. Da dachte ich mir, Mensch, machst du mal was, was vielleicht nicht ganz so viel Zeit in Anspruch nimmt und da fiel mir ein, Mensch, ich könnte eine What's in my Dog machen. Da hat mich ein paar Leute gefragt, ob ich das nicht mehr machen kann und da habe ich mir gesagt, okay, warum nicht, machen wir es doch mal und fangen wir auch direkt an und zwar hier mit Finder. Finder, ja, ist einer der Standard-Apps, jeder, der ein Mac hat, sollte Finder kennen, genauso wie Launchpad und den Mac-App-Store und Mail. Ich nutze als Browser, nutze ich Google Chrome, weil es den Vorteil hat, dass ich einfach die Tabs einfach woanders hinschieben kann und ein neues Fenster damit aufmachen kann und ich immer irgendwie hin und her kopieren muss. Diese Funktion fehlt mir bei vielen anderen Browsern noch und deswegen benutze ich Google Chrome, auch weil es einfach schön schnell lädt. Wenn mir jemand einen anderen Browser wegen irgendwelchen anderen Sachen empfehlen kann, sagt mir, was ihr für einen Browser benutzt, beziehungsweise warum ein anderer, äh, ein anderer, genau, ein anderer Browser, 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 ja, klingt wie Bowser, also wie, ja, von Mario, ne? Okay, also warum ein anderer Browser besser sein sollte. iCall nutze ich auch sehr häufig für Kalenderereignisse und so. iFunbox, ich hatte unter Windows, hatte ich immer iPhone-Folders, um auf mein Gejailbreak, das iPhone drauf zuzugreifen, auf das Dateisystem. Jetzt mache ich das mit iFunbox, mich stört allerdings, dass die Bilder auch hier nicht umgewandelt werden, weil auf dem iPhone sind die Bilder ja in einem speziellen PNG-Format, das heißt, man kann die nicht einfach angucken, auch auf dem Mac nicht. Und, ja, iFunbox konvertiert das leider nicht mit, iPhone-Folders hat das immer gemacht, deswegen, ich vermisse iPhone-Folders ein bisschen, aber so lange muss es eben iFunbox tun. Dann folgt iPhoto und Tiny Umbrella, um meine SHSH-Dateien immer zu sichern, wenn ich auf der neuen Firmware bin, falls eine neue rauskommt. iMovie und iTunes folgen, also gar kein Problem. Dann Final Cut Pro, ein klasse Programm, das kostet etwas über 400 Euro, aber ich kann es nur empfehlen, es lohnt sich definitiv. Also jemand, der, naja, ich sag mal, semi-professionell Videos schneidet, für den ist das das perfekte Programm. Ich bin kein professioneller Videoschneider, mache keinen professionellen Videoschnitt, aber ich schneide ganz gerne mal und auch mit ein paar Effekten, da ist Final Cut Pro wirklich keine falsche Wahl, wenn man einen Mac hat. Dann Screenflow, das ist das Programm, mit dem ich jetzt gerade aufnehme, das heißt, hier das Mikro aufnehme, den Bildschirm und gleichzeitig noch die FaceTime-Kamera und das funktioniert wunderbar, wie ihr seht. Dann haben wir Parallels, damit kann ich einfach ein Windows emulieren, wenn ich es brauche, aber das hatte ich damals in einem Video auch gesagt, wo ich gezeigt hatte, wie man hier billiger an Mac Software kommt in dem einen Video. Und das funktioniert auch für mich ziemlich gut, ich bin damit sehr zufrieden, das heißt, ich kann wunderbar ein Windows emulieren und ein Windows-Programm starten und da ist hier drüben auch direkt ein Stack für die Windows-Applications. Dann haben wir ein Programm, worauf ich nicht mehr verzichten möchte und das ist Jackstar. Und zwar kann ich mit diesem Programm einfach mit meinem Browser eine Seite aufmachen und jeglicher Content von Musik-Streaming und Video-Streaming, der dort ist, wird heruntergeladen. Das hat mich zum Beispiel genutzt, weil mein Vater war im ZDF zu sehen, dann haben wir die Show, dann haben wir nachgeguckt, haben wir die im Internet gefunden, ich hatte es auch getwittert und habe mir das dann runtergeladen, weil es gab dort keinen Download-Button mit Jackstar, gar kein Problem, einfach runtergeladen. Hier ist die Datei. Jimp ist ein Scheiß-Programm, also es ist okay, aber unter Mac ist es echt nicht zu benutzen, weil man kann keinen Drag & Drop benutzen und so, ist sehr umständlich. Ich werde mir bald Pixelmator holen oder so, wie das heißt. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall soll das relativ gut sein, aber zur Zeit fehlt noch ein bisschen das Finanzielle, also müssen wir mal schauen. Dann Pages, das sind ja ein Schreibprogramm, wie es auch jeder von iOS kennen sollte, wurde ja vom Mac auf iOS gebracht und da arbeite ich jetzt, wie ihr hier gerade seht, auch am Mac gerade mit dran. Dann haben wir Skype und Twitter, zwei soziale Netzwerke, die jeder kennen sollte. Text-Edit, falls ich mir mal kurze Notizen machen muss für irgendwas, zum Beispiel wenn ich euch mit irgendwas erzähle, mache ich hier mal schnell ein Fenster und schreibe mir da so die Sachen rein, über die ich reden will. Dann haben wir Evernote. Wenn ihr Evernote nicht habt, dann weiß ich nicht, wie ihr euer Leben organisiert. Evernote ist ein klasse Programm, um Notizen auch zwischen allen möglichen Geräten hin und her zu synchronisieren und ich nutze es auch viel für meine Videos, die ich mache und so. Dann haben wir Assassin's Creed 2, auch ein sehr schönes Spiel. 20 Euro hat es im Mac App Store gekostet, ich bereue es nicht, es macht wirklich Spaß, läuft wunderbar. Jeder, der ein Mac hat und gern mal was spielt, Assassin's Creed 2, top. Nachrichten, um iMessages vom Mac zu schicken und natürlich die Systemeinstellungen, um mal schnell was einzustellen. Dann den Programmorten habe ich mir hier unten reingezogen, das ist ganz praktisch, wenn ich jetzt doch mal schnell irgendwas installieren will, gar kein Problem, kann ich das einfach hier mitmachen. Dann habe ich hier meine Downloads, ein paar Sachen hier, wo wichtige Sachen für Videos drin sind, die ich benutze. Dann Dokumente, die sind glaube ich auch standardmäßig drin und wie gesagt die Windows-Applications und natürlich der Papierkorb. Dann sieht man hier jetzt die offenen Programme, die jetzt hier gerade mit drin sind. Wobei ich mich immer noch wundere, wie der Mac über 4 GB an RAM offen haben kann, wenn ich nur so wenige Programme offen habe. Aber ich meine, na gut, das Management von RAM beim Mac ist jetzt nicht so super, finde ich. Aber okay, ja, das war das What's in my Doc. Ich hoffe, es war was dabei, was ihr euch runterladen könnt auf eurem Mac. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also, macht's gut, haut rein.